Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 24. August 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1068. Heute mit den folgenden Themen Bitcoin, OxygenOS, YouTube und ColorOS. Habe ich gestern noch verlauten lassen, dass ich richtig viele Themen zum Wochenstart habe. Ist heute schon wieder sehr mau und wir sind wahrscheinlich fast schon wieder durch. Der Bitcoin-Kurs ist gestern zum ersten Mal seit einem Weilchen wieder über die 50.000 US-Dollar gestiegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er schon wieder um einen halben Tausender runtergefallen. Aber das geht ziemlich sicherlich wieder in lustige Richtungen, könnte ich mir vorstellen. Somit nach wie vor immer noch keine Empfehlung zu irgendwelchen Transaktionen. Aber es könnte vielleicht spannend sein, den Blick draufzuhalten und irgendwann dann auch wieder mal zu verkaufen. Oder keine Ahnung wie. Macht doch mit euren Bitcoins, was ihr Freude daran habt. Weitere Neuigkeiten habe ich zum OnePlus Nord. Obwohl, ganz so verkehrt ist es ja nicht. OnePlus gehört ja mittlerweile als Tochterunternehmen jetzt unter die Oppo Group, wo es vorher eine eigenständige Firma unter der BK, dem Mutterhaus von Oppo war. Und ja, dieses neue Smartphone oder das grosse Flaggschiff aus der Reihe eben das Nord, hat ein Update bekommen. Wer ein solches sein eigen nennt, sollte mal das Update anschmeissen. Es könnte sich lohnen. Und das ist nicht das letzte Update in dieser Episode. Heute, zuerst kommen wir aber noch zu YouTube, denn die rühmen sich mal wieder selber, nachdem sie immer wieder von den Creators schelten bekommen. Unter anderem auch von mir. Teilweise zurecht, teilweise auch aus Prinzip. Ja, rühmen Sie sich jetzt, dass Sie ein gutes, tolles Creator-Programm aufgestellt haben, wo Sie jetzt den zwei Millionen Partner mit drin haben. Seit über, ich glaube jetzt schon sechs Jahren, sieben Jahren gibt es das Programm, die Möglichkeit, sich am Erfolg von YouTube und den eigenen Views zu partizipieren. Sprich, Geld einzunehmen über die Werbung, die eingespielt wird und noch viele andere Möglichkeiten, die YouTube gefühlt zweimal im Monat nachbessert und neue Möglichkeiten schafft. Und darüber haben Sie eben kommuniziert, dass es schöne Wege gibt. Zehn an der Zahl durch Werbung, Premium, Superchat, Supersticker, Superthanks, Membership, Merch, Ticketing, Brand Content, Connect und Funds. Das sind die aktuellen Möglichkeiten, die es so gibt. Ja, dafür aber eben geht es auch in die Richtung, dass mehr überprüft wird, mehr geschaut wird, dass richtig gesprochen wird. Mit richtig meint YouTube eben familienfreundlich etc. Und somit gibt es einige Creator, die eben da aus dem Programm wieder raus müssen, weil sie sich andersweitig monetarisieren dürfen. Patreon ist da so eine Anlaufstelle. Vor allem bei denjenigen, die das in Amerika und im englischsprachigen Bereich dieser Welt machen. Und zu guter Letzt gibt es nochmals wie vorangekündigten Update. Die ganzen oder einige Oppo-Smartphones und das nicht wenige sollen noch in diesem Monat, wenn nicht schon bekommen, das Update auf ColorOS 11 bekommen. Das ist für all diejenigen, die sich zu wenig damit beschäftigen, die neueste Version von Oppos eigenem Betriebssystem, was über Android oben drauf ist. Und gleichzeitig bekommt ihr auch das aktuelle, oder mehr oder weniger aktuelle Android 10, nee 11, Entschuldigung, aufgespielt. Und habt somit dann ein aktuelles Smartphone mit eben auch neuen Funktionen. Das war's auch schon mit den Neuigkeiten. Wie gesagt, heute ein bisschen dünn. Ich verschrei mal nichts und hoffe auf die nächste Episode. In diesem Sinne euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.